bingo bingo bongo es gibt in der mitte glaube ich einen einzigen richter wirklich mit großem rotation alles worauf das licht fällt es ist nicht mehr sein reich was passiert wenn wir eine bombe runterspringt zum beispiel dann das war uns irgendwo oben auf jeden fall ist ein übergang nach b rüber aber es ist der einzige ich habe einen decoy warum ich glaube er hat nein immer diese kurs auf möchte keiner kennt das da hinten wohin die ganze abends statt man sind erst da und der austria gegen jetzt da kommt man gut ab und haus in der mitte kann man einfach gesagt a b b mitte b kran habe ich noch gehabt ich meine w warm ist da vorne das ist hinten und für die map gibt es auch noch keine kronen sind mehr oben keine angezeigt da ist eine sackgasse beters meine pack center oder beta motor oder beta may cry je nachdem ich glaube die pusten jetzt ich habe direkt direkt an zeit die akkunde box weiß ich habe es gerade gesagt aber war das wohl einer von denen wahrscheinlich nicht gegenüber von hinten das zweite bestimmt auch gegenüber von hinten ja das ist da sind wir uns einig richtung b b und landet ein wiesel auf bevor ich die treppe wieder hoch geht wo sie irgendwie ich habe so eine erlöger hätten können und von unten da auf dem boden steht b2 b3 wo ist das stehen sachen auf dem boden werden halt irgendwie kontakt kennungen sind ja richtig bei jedem bei jedem eingang b klar aufschau mal in karlott als wie 12 auf trend sauber wie der da sitzt so richtig guter laune aber die da wo wir gerade eben war also ganz links rauskommt und dann gibt es die treppe hoch da wo ich dann hochkam das decken immer zwei einer unten und dann einer oben auf sie hören wurde der letzte gerade stand und die klicken oft zusammen können sie anzünden das wäre ein planer haben sitzt zwar eine folge gemacht deswegen ich wollte es nur mal bescheid sagen ich glaube ich nein bitte nicht das tut voll weh sushi fach fester vorbeigeschaut rechts unten einer pro spielgrott grob weg alter dort kann hat 80 gefressen wie der ist nicht tot okay da ist noch einer mit 40 wir haben wir zusammen zusammen da war hier bei mir für hinaus schon eine weile her wie viel habe ich mir nicht gegeben oder der hat vier ich habe ja klar ich dachte dass der schon da ist also richtung aber wenn man darüber geht da kann man extrem mies als city und erkennt mich gar nicht da weiß gar nicht dass ich nur mehr wird von weitem gesehen wo ich ein bisschen kann sie glaube ich auch geschossen auf der ersten ganz gerne warte ich jetzt mal her war doch genau warte hinter dem einfach das ist wieder einer was war ein reichmann ich glaube ich gerade unten näher dran ok er lasse ich dir das hier mit der wand wahrscheinlich anderen seite da ist noch einer auf er auch nicht ich habe doch hier gehört man 70 hp hier sind sie ganz gerne gesteckt gesagt da oben okay einer oben und einer unten einer dieses mal das ist jetzt hinter meinem freund einer kommt von da wo du so klickt mit der smog getroffen sogar immer gut bei hoffen kann es mir bestimmt voll geil alles flache bilden und decke ist vielleicht nicht so zu niedrig ich war es macht keinen sinn normal ist es ist keine kohle die magst du cisco magst du spaß magst du pott schiffen gibt es hier lang die tür geht auf gar nicht nur einer ist auf b-side eines hier in den eufessern da war der molly nix war zumindest gerade wieso bin ich schon wieder auf a rausgekommen wo zur hölle ist er hin? Blende b Blende b ist er schon gekillt worden? ich hab das ganze mit dem fightet hier gute frage hier ist keiner du meinst A panns jetzt, ich treff 9 in 1? warte die glasere rennen, du kannst von wirst du das hat aber auch lang genug gedauert, was ist das? also tappen geht bei mir grad gar nicht ich bin dreimal gestorben, es fühlt sich an wie wenn ich jede runde bis jetzt tot gewesen wäre ich auch irgendwie wenn die hände holz sind und nichts geht irgendwie marshmallow aim das ist nicht so lecker wie es klingt we are strong ne jetzt n chips urze sorry fragt mich ob ich jemals hier ohne Problem hochkommen werde das ist irgendwie komisch ich sprich immer zu früh what? dat flick alter dat flick holy crap jedes einzelmal bin ich zu früh geschwungen das ist nur einer mit pistol und dann fucking flick und dann die n-8 dahinter natürlich that's me hallo bin ich komm zu euch mit dem bomb ah sauber ah ja schon naja soweit schießt zumindest keiner auf uns grad sag mal hast du den eingang hier gespürt? ja ja ok ok i'm planting the ball nice so gehts natürlich auch brrrr er hat keine gegner mehr oh geil, das ist geiles crash für die hast du irgendwie halb aufs ding und halb auf die wand gesprüht hier jetzt halb ich ein bisschen hebe ich hab keine ahnung wo der Rest davon hin geht oah salz immer noch das beste allerbeste spray ich hab keine salzladung mehr frag mich ob er von dem nach unten strapp einer war auf der treppe da vorne unten unten an der treppe ich flasch raus nicht mehr close ist zurückgefallen dann schon oh fuck oben an wie lang oh god das bist du das sagst die runde vorher noch ein gegner ich hab gedacht der ist da wieder weil ich die bewegung gesehen habe glaubt die stack nicht kann das sein ah sieht so aus also auf jeden fall mindestens einer bei b hinten war ne opfer b also ne zwei bei b also ne zwei bei b weil ich hab grad eben ne smg äh nicht ne smg ne dings gehört bei b bei b 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 Oh, pushen, pushen, pushen! Ich geh nach A. Thank you. Oh, da oben hin. Was ist das? Was ist das hier? Ich hab 6, okay. Ich hab jetzt einen Scheiß-Dubilees. Holy shit, ich versteh nicht, was hier los ist. Ich hab meine real SMG. Das Spiel ist doch falsch. Ach, du hast färbst einen, ich dachte, färbte dir einfach nur ein Lied. Nope. Das ist einer aus dem komischen Holstein. Da ist nur ein Kill drauf. Was ist das? Einen Kill drauf, echt. Was soll das? Du darfst nur überlegen, warum? Ich benutze sie halt sehr oft, musst du wissen. Ja, ja. Wie setzt mich hier close, wenn du dahinter stoppen willst? Schauen, ob jemand pusht. Wer sagen, wenn ich sie pushen höre. Oh, jetzt sitzt der hinter dem Zaun. Der Wichser. Okay, ich geh mal ein bisschen weiter vor. Ja, der sitzt da immer noch. Oh shit, son. Das hat mich erschraubt. Drei Leute auf A. Sollen wir dann Richtung B gehen, oder? Ah, da wird hier rechts gleich sein. Lass mal gucken, ob wir Richtung B gehen können. Oh shit. Halb geflasht, Mann. Sit down. 99 in 3, nicht schon wieder. Come on. Kann man einen da legen? Ja. Du musst auf dem Koppel. Ja. Wenn du da schon wieder in der Wand rauskommst, dann ist das schwierig. Nein. Doch, du hast doch. Wo ist jetzt hinten? Du hast sie. Geht einfach flicken, bevor ich damit aufstellen kann. Ja. Let's go. Kann ich reinflaschen? Na. Ich renne einfach so rein. Was? Trocken. Ja. Dann muss ich warten auf die Flash, weil du so weiter hinter mir bist. Ich werfe so hinter dir raus. Okay. Okay. Versteh schon. Sauber. Ja. Gruppe. Du. XR. Du treibst halt. Ich hab gesagt, ich gehst weg. Wenn ich das sag, mach ich das auf. Ja, ich mach mit. Ah, da ist noch einer. Der letzte ist, äh, CT spawn hinten. Gut. Wir könnten die Bremse holen und nach A gehen. Das ist nur ein seltsamer Map irgendwie. Also lange Gänge. Ultralange. Rotate. Top, je nachdem wie schnell du nach B kommst, kannst du da richtig gut aborten. Oh, da ist los. Kommst du hierher? Ich hab's nämlich 19 AP. Der ist direkt da unten. Genau. Wow. Shit. Die wollen Simba kicken. Nein. Simba ist eh ein Faker. Danke. Hier, du kommst dazu. Simba ist ja. Hey. Amazing. Der ist gar kein A. weise. Man sie Simba ist kein weise. Mach vor den. Weiß, er ist schwarz. Fast. Ja. 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 Verrägt. Ey, ich lauf jedes Mal hier. Verrägt. Verrägt. Wir haben gelernt, man. Die haben B abgesmockt. Doch, haben's abgesmockt hier. Und eine Schottie aufgehe. Interessanterweise. Hansi, kannst du mich da zufällig hochboosten? Damn. Ja. Wenn du da... So ein Asi fand. Der eine Push-P mit der Schottie. Der eine Push-P mit der Schottie. Ich flash rein. Hansi, könnte unten an der Zaun sitzen. Eine würde ich relativ netten. Zaun, wie gesagt. Oh, er hat Wege vorstreuen. Du, Hansi! Oben an der Treppe ist sie. Da ist er in einem Eingang. Und von hinten. Fuck. Einer in der Tür. Wow. Stimmt. Der... Du sagst ja, der eine hat Wege-Pusht am Anfang der Runde. Der war so cheeky, weil... Der hat halt die Smoke geworfen. Hat mit Dekor reingeworfen. Ich hab ne Shotgun. Und mir dachte mir, der pusht bestimmt der Smoke-Tease-Shotgun während ich hier wart. Genau das ist passiert. Ich hab ihn nicht mal geschrauben. Hab ihn nicht mal gesehen. Er hat sich rumgestraft, der fällt halt da runter wie so ein Stein. Und dann hat er euch... Ich brauch meine eigene. 2600. Okay, keine Bande aufs für mich. Never mind. Ich warte von hinten einfach auf den... Falls der Puschel so hast, die Bombe fährt, ne? Was? Cool. Wenn du da vorgestern hattest, dann hat's keinen Grund, dass ich jetzt warten sollte. Hallo, Mann. Schön. Der hat 22 HP. Ach, warte. Warte kurz hier. Richtig kurz hier. Wollen wir weiter nach hinten werfen. Ich hab mal ne Flaschen oder irgendwas raus. Ich flasche selber rein. Ich hör schon mal die Bande. Bring die Bombe nach B. Ja, ich weiße. Ich hab das CT-Fahrung. Ich hab das CT-Fahrung. Ich hab das CT-Fahrung. Ich hab das CT-Fahrung. In der Smog, in der Smog bei CT. Oder so. Ja, es ist heute mit 22 HP. Ich hab auch mal ein bisschen. Kann man Richtung B schon machen. Ja, so. Vor allem eine Push halt jedes Mal raus, endlich. warum eigentlich immer die die zuerst gesehen werden was man lassen wir alle das haben wir schon länger und nicht mehr gemacht ich hab extra aufgeholt ist ja kann es mir gehen gesehen aber ich wollte was es aus jeden durchgang aber war keine ich brauche mir die besser nicht und das ist ein entweder habe ich gehört wollen wir das entweder was sagt ich werde mich oh gott ja 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 irgendjemand latscht bei mir herum eine betreffendung mit dem nach wasser ist wahrscheinlich gleich das game sense ich habe nichts gesehen man hat niemand ich habe keine ahnung dass man so tun als wenn es absolut gewollt war ich in dem moment mich umgedreht habe ich meine Nackenhaare haben sich bewegt ja schon und jetzt wieder nach B also das nicht erwarten das ist auch nicht mehr da oben kommst aber nicht so gut nach mir doch hier steht zum Beispiel direkt unter mir fucking her ich ein spawner danke da oben sitzt auch der 5-7 die kommt jetzt runter hat man ich bin der kreis mann ich bin der kreis jetzt nicht push ihn mit den Orbs push ihn mit den Orbs wo geht's eigentlich da hoch ah fuck you doing da geht's auf die andere Seite ok da stand vorhin übrigens auch öfters war einer in der smoke aufgesammelt wenn du ballern durchgesprungen kam Simba hat Spaß auf jeden Fall Simba hat auf jeden Fall aber die wollten den kicken vorhin low map auf jeden Fall grob weg wer spielt wo äh ich würde erstmal nach B gehen ah ich weiß wo sie kommen ist sie mit ich bin mit ich bin mit ich glaube ich bin auch mal mit der A gegangen an das war genau wo man hier spielt ich hab mich da an dieses kaputt rein in die Mitte ey smoke ich gucke auf der unteren und mittleren Eingang da deiner Seite ist Digga Mitte ja komm her ok kuscheln an A down sorry die hast du beschimpft man ey pass du hier erhoff da ist einer woher läufst du why you no trade nice wenn hinter dem spawn da ist noch einer glaube ich ich hab nichts gesagt soll ich B gehen oder bleib ich hier bleib mal mein hier ist noch einer Richtung B irgendwie ich hab das nachleiden hören echt ich dachte ich hätte den Tag 9 nachladen hören ooooh grief da uncool oh so wird die gute Frau im Panzer deiner hallo du da unten bei der eine Container aber du weißt doch achso du hast eine Tag 9 ich geh das mal bei den Scheißplätzen wenn es sein muss da kommen jetzt Nades der Spot ist gut der ist tatsächlich da was ist denn bis dann jetzt was halt alter wie man mit dieser Scheiß Glock rum haaaaaaaa ich hatte mich gemessert oder ich wollte nicht gemessen wie auch immer geht das echt noch B noch? Oh, zur Hölle? Oh, hier! Hey, was geht's? Ich hab den Klöppich gemacht. What the fuck? Hab ich den beim ersten Mal rausgehen gesehen? Glaub nicht. Ich hab's für ihn schon die ganze Zeit so Momente gehabt, wo ich rausgehe. Oh, da kommt der Hass. Rush B? Ja, also über B da lang rachen. Okay. Über B da lang? Na, da lang, halt. Da lang, nicht da lang, du weißt, was ich mein. Oh, stimmt. Ich hab grad was gemacht. Okay. Okay, dann bleib ich in A sitzen, einfach. Ich bin da oben. Ah, kommt auf jeden Fall eine Smoke rein. Zwei noch auf A. Einer mit. Nice. Container, glaub ich, rechts von dir von selber. Container ist keiner. Man, das ist ja kierig, Mann. Ist Simba. Wer weiß. Die wird straight zur Bombe rennt. Ja, natürlich. Der kam aus CT-12, hopp. Und ich hab mehr Karten. Ah, der Simba in der Smoke. Da wollte ich sein Tod zu heftig. Ich hab ein Objective und da spiel ich auch. Der Panzer ist voller Ninja. Übel. Ohne Smoke. Ja, voller Ninja mit zwei Teemates gegen einen Gegner. Ich glaub, die haben sich nicht mehr interessiert, dass du da bist. Wieso rushen wir jetzt wieder zu viert Richtung B? Tun wir doch gar nicht. Warum hat man hier einen gemollt? Gemollt? Wow. Oh, 5 HP. Wollen wir dann bei Merkler. Einer ist hier lower, glaub ich. Bei B sind zwei. Ah, müssen wir zwei sein. Oh mein, der M4 hier. Einer hat bloß 5 HP. Fuckin' hell. Und es ist nicht dumme. Ja. Äh, off the side. Du hast ja doch was getroffen. Fuck you. Du hast ja doch was getroffen. Jetzt glaub's, wo ich bin. Die wollen wir noch. Sehe ich das richtig? Ja, weiß ich nicht. Hier liegt er an dem Container. Hey, jetzt. Hast du denn nicht gehört, Sender? Der eine, den ich gekriegt? Hey, ich komm gerade. Das ist nicht gut. Ach, du musst ruhig weiter weg. Vielleicht hat man da nicht. Wie mach ich die Musik jetzt? Kannst du nicht. Am besten einfach Domek klicken. Okay. Pro-Tip. Audio-Settings eigentlich alles runter, außer halt eben wenigstens den Bomben-Sound. Let's move out. West-Head in second-Ding. Oh shit. Ah, Peter. Ich geh wieder A. Vorsichtig. Einer ist gerade Richtung A gewesen. Achtung, einer kommt. Ah ja. Simba. Der ist nie wie die Fuck. Gar. Ganz hinten, der kann beide Seiten rauskommen. B ist frei, by the way. Simba ist down. Einer ist zwei Container. Ja, Ball muss ich sein, zwei Wochen. Ray transferen! Go! Unmined. Drei Fire! Oh. Burn bitch! Das ist der letzte Ball der Winner, gegen drei. Oh fuck! Hooppa! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho holy shit. Das sieht man selten. Und da sind wir nicht machen... Ne, das mach ich nicht. Ich mach gar nichts. Hau ab! Vielleicht kommt Gottesnaid angeflogen. Wahrscheinlich. Vermutlich. Hast heute in Lotto gespielt, Panzer? Panzer, hast heute in Lotto gespielt? Ich bin fuhr als fack, Mann. Ja, besser nicht. Ja, doch. Jetzt sollst du es machen, ey. Wenn du das überlebst... Kauft dir. Ich kauft dir die Arme. Ich hab nicht gekauft. Ich hab nicht gekauft. die glamour klingt nach einer guten idee vielleicht geht da was rein damit was du sagen muss jetzt nicht wenn es nicht so ist da geht nichts rein und nachdrucks da geht nichts rein du musst aggressiv werden das ist ganz nicht normal sein ich habe noch nicht so ganz die spots raus auf dieser map was halten ich dachte im krisen collett jetzt alles habe ich auch was das dann habe ich sogar gedinkt durch die wand da muss er kommen links ist einer panse ich doch ich wollte ja die blocken wo ich wollte ich schützen und dann hast du mir den arsch geschossen kann das sein ja wann es ist auch nur über zwei steht auch so ein balken hinten mann ich probiere es mal ich schieße jetzt und dann gucke ich ob der balken auch geht man kann sie nicht mehr was benutzen ich habe es einfach nur damit dass in diesem selbst in step oder wie das heißt dass sie nicht zwei verschiedene models haben müssen wahrscheinlich ich gehe durch die smock hier hinten oh gott oh gott der kriegt einen headshot und einen frischschuss und stirbt nicht das ist halt neben mir mit 13 hp das ist auf der a-side nach uns weiter irgendwo goddammit um den nerf hier ist irgendwann eine richtung bei den containern oben das hat der mit 13 das war geil i'm defusing come on ich hatte keine zeus gehabt hätte ich es nicht gemacht ich hätte es sogar überleben hätte ich halt nicht angezeigt gewesen weil ich hatte nur 13 mit 100 hätte es ja gar kein problem gewesen das stoppst du ja nicht von zeus dann der mg1 ja endlich wieder kämpft 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 Ja.